Wir versuchen gerade Nebenquests zu machen. Kennst du schon den Pukki Pukki? Hier wohl? Hast du den World schon gesehen? Der ist relativ am Anfang. Das war der Ein Kutku. Was ist das? Ja. Nein. Na, Papi. Ich wollte die Käfer. Jetzt bin ich weit weg von den Käfer. Wir können auch einfach in die Höhlen reingehen. Da ist die Goldhöhle. Ja, aber was ist denn da? Shit. Und ne Truhe. Ja. Monster Hunter Stories 2 gefällt mir, so wird jetzt gekauft. Dabei haben wir dir gar nichts gezeigt. Aber wenn es dir gut gefällt, dann gönn dir das Volk. Hast du den ersten Teil vielleicht auch schon gespielt? Der ist wirklich eigentlich recht ähnlich. Aber wir mögen halt Monster Hunter auch sehr gern. Also wir sind ziemliche Monster Hunter Menschen, ja. Ist eigentlich, glaube ich, mein liebstes Franchise. Es ist halt, ähm, ja, Story-lastiger. Sagt der Name schon. Soll ich mal nach dem Ei gucken? Und es ist halt rundenbasiert. Passt eigentlich nicht, aber kannst schon machen. Okay, das hat überhaupt nichts gemacht. Ne, habe ich nicht. Aber habe ich auch gefaucht auf Smartphone. Ich habe es auch auf dem Smartphone, ich habe es aber auch eine Weile gespielt. Und dann hatten wir jetzt voll Bock auf den zweiten Teil. Hast du sowas wie ein Lieblingsspiel? Und dann sagen wir so, hast du so eine Top 3 deiner Lieblingsspiele? Nimm, schreib mit. Was ist das? Geil. Gerade vorher ist geil, ja. Das war 2018? Oder meinst du die Älteren? Alle Teile? Cool. Oh, wir haben den von 2018 verschlungen. Wir haben den sehr, sehr geliebt. Also wir haben den auch durchgespielt. Und der hat uns sehr viel Spaß gemacht. Der war geil. Ähm, da war ja auch besonders erwähnenswert, dass, äh, zum Beispiel keine Lagenbildschirme da waren. Das Spiel war ein flüssiges Teil. Und die Inszenierung war ja auch top, ne? Das war ein geiles Spiel, ja. Aber ich muss sagen, der Atreus, der hat mich manchmal... Den Ragnarok haben wir noch gar nicht gesehen sogar. Also da sind wir voll am Vorbeidodgen und versuchen so wenig wie möglich davon mitzukriegen. Ja, der Atreus hat schon genervt. Deswegen... Nichts sagen von Ragnarok. Ja, bitte keine Spoiler. Ähm... Ja, das ist schon geil. Sehr tolle Story. Aber dann wäre das Spiel ja eigentlich auch was von Jerry, wenn Jerry so auf Nordischer Mythologie steht. Stimmt. Da kann sich Jerry, äh... Ist bestimmt auch ein God of War Fan. Aber man muss ja auch sagen, dass, ähm... Ja, wir müssen das dann irgendwann mal besorgen, Jolly. Ähm... Wir haben das nämlich noch gar nicht. Ihr müsst das ja nicht mal spielen. Das stimmt, Jolly. Da hast du recht. Irgendwann. Ich habe auch die Vorgängerteile gespielt und die sind eigentlich auch wichtig für die Story. Ja, das ist ja alles irgendwie wichtig. Wir... Ich hatte mir irgendwie... Äh... Oder wir hatten uns, glaube ich, irgendwie sowas in der Zusammenfassung oder so vorher ange... Ich habe auch Assassin's Creed Bahalla gespielt. Habe ich eigentlich auch oft auch, ja. Aber irgendwie... Ja, wenn du so auf Nordischer Mythologie stehst, dann war das bestimmt auch so ein bisschen dein Spiel, ne? Nee, aber God of War 2018 hatten wir auch... Das war mein Spiel des Jahres. Spider-Man war aber auch gut. Schau mal. Schau mal. Ja. Der ist auf Technik. Bei Technik fragen... Cookie Cookie fragen. Was würdest du als deine zwei anderen Lieblingsspiele bezeichnen? Also wenn du so eine Top-3 aufstellen müsstest? Aber ich freue mich auch auf Gott davor, Ratner Rock. Ich hab ähm... Ich hab jetzt auch... noch keine negativen Aussagen gehört. Äh... 27,99 für PS4 bei... Ja... Aber ich glaube wir holen uns dann für... Für... Ähm... Für PC, weil dann... Streamen wir das auf und dann... Ratner Rock gibt's noch nicht für PC. Ach, gibt's doch nicht für PC. Weiß ich nicht. Kann sein, dass die Scheiße lautet heute. Gibt's das schon für PC, kann das sein? Leider hat Ratner Rock kein Game of the Year bekommen, weil es erst im November rausgekommen ist. Naja... Moment mal, ich höre für ein Sekund nichts. Ja, ne, es macht ja auch Sinn, das Spiel ähm... Wenn wir es dann haben, eher für PC zu holen, weil... unsere PS4 ist so laut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn wir die jetzt anmachen würden, ne... Andersrum würdet ihr uns nicht machen. Genau, ihr würdet einfach, obwohl unser Mikro relativ weit weg steht, ähm... ähm... Die PS4 hören. Das ist wirklich unnormal. Der sechste... Der sechste... Der sechste... Was ist denn da? Als... Als wäre sie so ein Staubsauger von der Lautstärke. Äh... Ja, es gibt auf PC bereits der Ratner Rückteil kompressen stimmt. Die PS4 ist auf der PS5 gespielt. Die ist ja auch wesentlich... wesentlich leiser als die PS4. Ich weiß nicht, ob du das PS4 Problem hattest. Ähm... Ja, die PS4 Pro ist extrem laut. Ich weiß, es ist von damals. Das war schon... Das war schon... Das ist übrigens auch der Grund, warum wir die so selten benutzen. Ja. Weil die wirklich, wenn du die anmachst, du fühlst dich nach 10 Minuten wirklich unwohl, weil du dich nicht in normaler Lautstärke unterhalten kannst. Das ist wirklich nicht übertrieben, sondern... Du musst dann lauter sprechen. Das ist total nervig. Aber... It is what it is. God of War hat die nordische Mythologie aber auch super in Geschichten, ähm... so nahe gebracht. Ja, aber ich weiß nicht, wie... wie, äh... wie... Akkurat das war. Akkurat das ist. Wie hieß denn der Kopf von... Mimia. Mimia. Ach, ich hab die Geschichten von Mimia geliebt, wo man in dem Boot gefahren ist oder rumgelaufen ist und Mimia dann was erzählt hat. Das war so geil. Sony Schmutz. Xecchi. Das, ähm... so akkurat wie das Jahreshoroskop in der Bild-Zeitung. Mimia. 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 Das war auch so geil, wo er seine Klingen da rausgeholt hat, ne? Das hört sich falsch an. Mimia. 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 John ist da. Ach so krass. Mr. John, muss es gehen? Wie gehts dir? Habt ihr zufälligerweise und ich weiß, dass es die griechische Mythologie, aber habt ihr Hades gespielt. Hades. Hades. Spielt die Vorgängerteile auf jeden Fall. Doc hat das schon mal angefangen. Aber Hades sagt euch nichts, oder? Nope ist noch auf der Liste. Res Gondia. Das ist einer meiner Top 3 oder Top 5 Spiele. Das ist einer meiner Top 5 Spiele. Kannst du ruhig gerne. Da machst du nichts falsch. Gar nichts machst du damit falsch. Außer du magst jetzt kein Roguelite. Ja, aber das ist glaube ich das beste Roguelite, das es gibt. Also muss ich echt so sagen. Und die Story ist der Hammer. Und die Inszenierung ist der Hammer. Und die Grafik ist der Hammer. Das Gameplay ist der Hammer. Einfach das Top 10 von 10 das Spiel. Ja, bin back, brauche ein neues iPad, hat aber kein Geld. Ja, das ist blöd. Es gibt auch Alternativen zum iPad. Die etwas günstiger sind. Meine ich. Aber ich weiß ja nicht, wofür du das iPad brauchst. I don't know. Noch nicht. Aber das Spiel auch gut. Habe auch bereits gekauft. Du hast alle Spiele schon mal vor Ort gekauft. Hero. Ja, was würdest du denn noch sagen? Was ist einer deiner Lieblingsspiele? Du hattest gesagt God of War und warst du noch so? Quest erfüllt. Quest erfüllt. Ich finde es so geil, wenn man alle Nebenquests abschießen kann und überall abgeschlossen dran steht. Das ist so ein befriedigendes Gefühl. Ich muss erst mal noch meinen anderen Games auf 100% bringen. Alternativ das iPhone 15 Pro. Nee, nee. Nee, nee. Nee, aber was spielst du denn momentan auf 100%? Seid ihr jetzt eigentlich schon... World zum Beispiel. Ja, gut. Du spielst auf 100% das habe ich mitbekommen, ja. Seid ihr jetzt eigentlich schon weiter als bei eurem ersten Playthrough? Äh, gerade so. Ja, wir haben das schon mal gespielt. Achso, ja, Doc hat das größtenteils allein gespielt, ja. Das stimmt gar nicht. Wir haben das sogar im Stream gespielt. Echt? Ja. Den zweiten Teil? Ja. Oh. Äh, ja, zur Bestung. Schau mal auf Steam. Zieh... Äh... Äh, was? Person 2 und 3 fand ich auch zum Beispiel mega Uncharted. Damit habe ich keine Berührungspunkte. Kann ich nichts zu sagen. Sekiro muss theoretisch noch, aber da bekomme ich mich nicht auf den Latz. Sekiro ist mein, äh... mein Worst From Software Game. Ich schadte es noch, ey. Ich schadte es noch, ey. die kühle muss ich auch schon nachrollen habe ich aber auch bereits also hier ist auf jeden fall gut eingedeckt mit games aber bist du auch so ein trophy hunter vielleicht holo night start you start you will ich trinkst auf 100 prozent das finde ich schön das mag ist holo night haben wir einfach immer sympathischer ja ne holo night haben wir auch hier gespielt auch im stream plus famous das ist so ein horror game oder das so wie es sollten sanctuary ein bisschen und castle wenn ja zwei sind auch auf der liste ist noch einiges vor dir das stimmt aber holen als stadion finde ich süß mag ich ich komme in sekiro ist nicht aufs combat klar vor allem nach taks 3 und eldenring die menschen platz und dax ist da habe ich gespielt dax ist drei auf jeden fall bombe platz von mein absoluter lieblings ist vom software titel die menschen ist habe ich noch nicht gespielt ja ich habe ich habe das ist drei durchgespielt tapets hat es den rest habe ich nicht durchgespielt ich hatte eigentlich mal vor plottern durchzuspielen aber damals war meine frustrationsspende nicht groß genug also ganz am anfang schon weil ich da kann dax ist drei durchgespielt haben und das fällt sich ja mit dem viol ein bisschen anders und es hat mich aber in dem moment ein bisschen genervt weil ich eigentlich dax als drei weiter spielen wollte aber es ja zu ende war und genau ich hätte da vielleicht zum dachs als 1 titel wechseln sollen statt zu platz bohren aber oder dort ist einfach platz bohren spielen sollte platz bohren der shit ist ja hallo nate auch mega muss auch noch nachholen ja hallo nate macht spaß bei hallo nate ist das einzige was ich ein bisschen als negativ empfindet dass du immer suchen musst wo lang es geht wohin du musst dass es labyrinth artig ist dass du dich oft verläuft das ist ein bisschen anstrengend aber sonst als design super der sound ist bombastisch die kämpfe sind anspruchsvoller machen trotzdem spaß also hallo nate ist schon ein sehr gutes spiel ja sie kehrer ist ja viel auf kontern konnte nur plocken das ist ja viel mehr wie ein tanz aber in sie kehrer soll ja auch einer der schwersten bosse überhaupt sein aber das explosion macht auch sehr viel spaß man muss auch sagen die haben sich ja auch dem biom viel mühe geben das war ja so ein stinkbiom ich weiß nicht wie sie hießen oder diese nachtpilze diese leuchtbiom und so die waren auch voll süß oh ja und da werde ich wie zero 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 verkacken alle monster sind krass wir haben nur einen kaputt und sich für den balldruck super her ich fang den schwein wir haben hier auch eine zeit dank starting rally im stream gespielt da haben wir haben ja unsere hühner nach followern benannt wir hatten schon enten und hühner und külle es hat sehr viel spaß gemacht mir hat es sehr viel spaß gemacht ja was da die valley ist jetzt nicht das beste spiel zum streamen vor allem ins monster hunter stream so es ist ein bisschen problematisch nur schade dass sich jetzt wegen unity ja das mit unity ist echt lächerlich furchtbar einfach furchtbar boah boah äh kalt auf dem land wollen sie ab 2024 im januar glaube ich 2024 nicht mehr verkaufen wegen unity das heißt wer es noch haben möchte müsste vor januar 2024 sich das kaufen weil sie nehmen sie es komplett vom markt ja ist halt eine konsequenz wenn das durchkommt wäre ist ein alt